Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession und gleichzeitig zu einem weiteren Part von Elex. Jo, wir möchten den Konverter da vorne ausschalten, sind wieder in Begleitung unserer hübschen Kaya, mit der wir vielleicht sogar ein Bandschalt mal anfangen können. Würde mich sehr freuen, so eine starke und tolle Frau an meiner Seite zu haben und ja, erstaunlicherweise ist der Frau niemals kalt. Die geht barfuß, die hat nicht mal einen Mandel an und die friert nicht. Das ist unglaublich. Also sie muss sehr heißblütig sein. Fehlt nur noch, dass der Schnee unter ihren Füßen schmilzt. Naja, wir sind hier, um den Konverter auszuschalten, diese ekelhaften Dinger. Naja, ich sehe gerade, da unten ist wieder eine Maschinska. Maschinska, Maschinska. So, die wir nach Möglichkeit wieder ausrotten wollen. Ich habe keinen Maler mehr. Alles klar. Ich denke mich gerade, verdrück ich mich schon wieder die ganze Zeit? Nein, es kann nicht gehen, wenn man keinen Maler hat. Also, dann saufen wir was, ne? Also, Marnatrank haben wir eh so viel. Na dann, kleiner Marnatrank reicht eigentlich, ne? Prost. Ja, das ist gut. So, wir werden den Kampfkoloss herpullen. Achtung, jawohl. So. Und machen wir das saufig gleich hin. Also, das lief erstaunlich gut. Das muss ich jetzt echt sagen. Also, das, wow. Zack, zack, zack. Also, so muss das ausschauen. Und dann nochmal gleich die Viecher da drüben. Auf Platz. So. Au. Einmal umdrehen, bitte. Dankeschön. Also, ich mag unsere Axt, muss ich echt sagen. Die ist richtig stark geworden. Dieses Aufwerten dieser Waffen ist halt echt eine coole Geschichte. Ui, eine Kiste. Die machen wir gleich. Zuerst tun wir mal, wenn es möglich ist, wenn er fertig ist mit den Speichern. Looten. Außer Scherz in der Mahat. Das wäre schlecht. So, immer schön her mit dem Graffel. Dankeschön. Wenn du denkst, dass dieser Koloss uns so derbe den Hosenboden aufgerollt hat, ne? Und jetzt machen wir aus dem Schrott. Voll cool. Okay, wir öffnen die Truhe. Mal schauen, ob es uns gut gelingt. Na, so einfach wird es scheinbar diesmal nicht. Oh, hoppala. Ich wollte eigentlich drei machen, dann zwei. Aha, das passt nicht. Müssen vier sein. Also so, so und so. Jawohl. Passt. Zu einfach. Naja, das war jetzt nicht so einfach, aber danke fürs Kompliment. Dickes Blut ist ein Stim. Das kann... Bla, bla. Bla, bewirkt eine Zeit lang eine höhere Resistenz gegen Bluten. Ja, das ist nicht schlecht. Und ein gutes Messer. Kann man gleich ausprobieren, ne? Was? Ja. Ähm. Ja. Der war schlecht. Solche Dinge bitte nur im Spiel ausprobieren. Da kannst du den Spielstand wieder laden. Im echten Leben gibt es keinen Spielstand mehr, den man laden könnte. Wenn man es freckt, ist man hin. So. Also. Wir wollen, ich will, clean. Ich habe, glaube ich, nichts mehr, ne? Tränkemäßig ist ganz arm bei mir, oder? Also mir haben... Ich habe alles versoffen. Ich könnte nur schauen. Trockenfleisch. Da könnte ich ein bisschen was essen. Rohes Fleisch werde ich nicht essen. Die Mission mit dem starken Schnaps. Da habe ich noch nie den Questgeber gefunden. Da muss ich auch mal schauen. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich den her habe. Egal. Ähm. Ja. Wir könnten auch. Stimmt, wir könnten auch. Wenn wir wollen würden, könnten wir ein Steam verwenden, damit man mehr Erfahrung kriegt. Das wäre sowieso ganz, ganz schlau. Das wäre sehr schlau. Harter Hund. Ich mag den. Ich mag dieses Wortspiel. Ähm, Kampffähigkeit plus Feuertäufel, Resistenz gegen Feuer, Aufputschmittel, höhere Kampfwert, bla bla, Antitoxin, gegen Gift. Also da ist der harte Hund, ich glaube, den haben wir eh draußen, ne? Oh, gruselig. Was? Ich habe nichts gemacht. Also wir könnten den harten Hund zu uns nehmen, dann würde man ein bisschen mehr Erfahrungspunkte kriegen, was sicher nicht schaden tut. So. So. Will verstecken. Komm da her. Da kam er. Ui, 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 ui. Auwe. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber, naja. Komm her. Komm her. Sack, sack, sack. Die Drohnen sind auch nicht besonders super. Da sind ja eigentlich hin. Ah, da sind welche. Na, super. Ui, jetzt wird's eng. Fünf Leute, das ist dann doch ein bisschen viel. Ey, ich sollte mal abhauen. Das ist jetzt doch ein bisschen viel. Geht das? Aha, ja. Ja, okay, das war klar. Das war klar, aber ich habe auch nichts mehr zum Heilen. Das ist so arm. Ich habe nichts gespeichert. Ich hoffe, dass es hier geht mit dem automatischen. Ich glaube, es hatte gespeichert, ne? Als wir die Bar umgeschnitzelt haben. Ja, ja. Die Drohne machen wir noch fix auf nochmal. Das waren hier drei. Dann einmal zurück. Einmal rauf und einmal runter. Zu einfach. Ja, in dem Fall schon, weil ich schon weiß, wie das geht. So, also. Nochmal. So, das war jetzt nicht schlau von mir. Ganz und gar nicht. Es ist halt echt blöd, wenn man gar nichts mehr zum Heilen hat, ne? Heilung hätte ich einmal. Oh, weh. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Es ist echt traurig. Es ist echt traurig. Das ist echt traurig. Habe ich wirklich überhaupt gar nichts mehr? Einen einzigen großen Heiltrank. Großartig. Ja, was soll ich machen? Eisen Reserve. Ja, dann wollte ich einen Mana-Trank saufen. Ich glaube, oder hatte ich den schon? Ja, den hatte ich eigentlich schon. Egal. Oh, ich habe mich verdrückt. Entschuldigung. Ja. Dann halt nochmal. Das zuwollt. Das geht los. Das geht los, jawohl. Ich sollte mich mal kurz verstecken. Ich sollte sowieso vielleicht probieren, eher hier zu kämpfen, ne? So. Der ist einmal erledigt. Der muss hoffentlich auch bald dran glauben. Der ist auch erledigt. Dann sind die Drohnen dran. Unsere Süße ist leider abgenippelt. Und natürlich noch eine Drohne. Und ich sollte mal was saufen. So. Na, komm, Getscher. Hau drauf. So ist gut. Ich glaube, das war jetzt besser. Entschuldige, Süße. Gruselig. Tut leid. So. Passt. Das werden wir jetzt sofort speichern. Nochmal gelingt mir das nicht so gut. Und zwar hier. So. Danke. So. Passt. Und weiter. Wir werden zuerst versuchen, alles außen und herum zu klären. Ja, würde ich sagen. Und abfacken. Zack. Auf. Na, will das bitte? So, muss das ausschauen. So, dann können wir es mit dem nächsten probieren. Wenn ich hinkomme. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Das wäre mir sehr lieb, meine Teure. Ähm. So. Na, komm, drauf. Oh, jetzt ja. So. Zack. Zack. Sehr gut. Ui, da ist noch einer. Boah, das war elegant ausgewichen. Ha! Das war eigentlich keine Absicht von mir. Aber wurscht. Hat gut funktioniert. So. Ich komme gar nicht mehr zum Quedrücken, ehrlich gesagt. Die Gegner sind mittlerweile schon so schnell kaputt, dass das gar nicht mehr richtig zum Einsatz kommt. Wir sind angeschlagen, sehe ich gerade. Zwar Vollgas. Ich muss speichern. Hm. Weil das könnte wieder ins Auge gehen. Es ist halt richtig doof, dass wir kein Wein oder so haben. Es wäre echt schön gewesen, wenn wir irgendwo so einen Winzer gefunden hätten, der uns das Öfteren mit Wein versorgen könnte. So, es wäre halt cool. Aber wer weiß, vielleicht gibt es das ja und ich weiß es nur nicht. Hm. Ja. Hm. Da kann ich schauen, wie ich lustig bin. Das wird nicht besser. Bei den Pflänzchen. Hm. Da haben wir, müsste man doch. Kleine Heilpflanzchen. Ich fuhre da einfach mal so 30 Stück. Oder mal 10. Mal einen guten Salat machen. Das ist nicht schlecht. Wiesenkraut. Heilt auch ein bisschen. Dann werden wir auch ein bisschen essen. Ich finde das so gerade zum Lachen. Ähm. Ja. Kräuter. Halten ein fit. So. Da hätte ich liebend gern das Elex mitgenommen. Elexit und Elex. Elexit. Goldbröckchen. Ich trau mich gar nicht weiter vor, weil ich Angst habe, ich werde wieder eingefroren. Na, ist egal, wie ausgegangen. Super. Das heben wir noch auf. Und das heben wir auf. Und das heben wir auf. So. Jetzt ist wieder mal speichern angesagt. Wir heilen uns noch ein bisschen. Das ist gut. Und dann werden wir nochmal die Kampfmaschine da vorne angreifen. Die Kampfmaschinen, besser gesagt. So. Also den Kolossi. Zack. 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 Ja, ich haue schon ab. So. Da kommt er. Dam, dam, dam. Uiuiuiui. Autschi. Na, würdest du bitte die vier drücken? Aha, das geht so. Ja, ja, das habe ich verbraucht. Ich wollte die vier drücken, das hat er nicht genommen, ja. Wahrscheinlich, weil ich Magie benutze, ne. Dann nimmt er keine anderen Fee, äh, Dingens mehr. Ist ja klar. Es war so klar. Es war so klar hier. Es war so klar. Na, nochmal. Das wären wir am liebsten. Aber es ist halt auch schade, dass sich wieder mal die Waffe nicht richtig ausrüsten tut. Na, wo ist er denn jetzt? Super. Jetzt krieg ich sie aufs Maul. Halt den muss ich mir ein. Au. Er hat eigentlich wieder mal das falsche Ziel analysiert. Boah, die ist gut, die Maschine. Das ärgert mich schon wieder. Ja, ja. Das ist definitiv los für mich. Die Energie wird nämlich gar nicht so gut reichen. Ein Schlag, wenn auch die mehr sind. Ja, klar. Dann reicht die Austausch wieder. Ach, jetzt komm. Jetzt brauchst du nicht failen da. Blödes Ding, du blödes Ding, du sau blödes Ding. Es geht los da. Sau blödes Ding, du sau blödes Ding. Hier weg, du sau blödes Ding. Weg aus, weg aus. Weg aus, du Trottel. Weg aus, du Trottel. Wieso visiert er jetzt eigentlich den anderen an? Wenn ich möchte, dass er den Koloss anvisiert. Wieso nimmt er dann automatisch den anderen? Das verstehe ich auch nicht ganz. Mann, ey, jetzt krikatrie ich das nicht mehr hin. Mann, ist das jetzt ärgerlich. Dann vielleicht den Kleinen zuerst. Ja, keine Munition mehr. Ich will auch keine Munition mehr. Ich will auch, dass du dich umrüstest, du Depp. Nimm dein Schild, du Idiot. Was macht der da? Ja, du nervst. Genauso wie du. Du nervst auch. Boah, der ist nicht stark. Ja. Du bist fick. So. Gut. Ein bisschen ungut, das Ganze, trotz allem. Aber immerhin hin. Hat sie überlebt? Gott sei Dank. Ähm, okay. Naja. Das sollte eigentlich besser laufen. Ja. Ähm. Sollte eigentlich besser laufen. So. Ähm. Lebensmittel. Ja. Ein Schluck Bier würde ich jetzt brauchen. So. Eindeutig. So. Ja. Das wird wohl reichen zum Heilen. Da hinten haben wir noch eine Heilpflanze, sehe ich gerade. Ich will die eigentlich gar nicht wegessen. Ich... Puh. Ich möchte eigentlich schon liebend gerne Tränke brauen, aber das... Puh. Das ist dann doch nicht so einfach, ne? So. Auf jeden Fall mal speichern, bevor mir wieder ein Unglück passiert. So. Sehr gut. So. So. Davon haben wir eine Drohne. Die können wir problemlos zusammenschlagen. So. So. Na ja, es gibt schöneres. So. Ich brauche Mana, ne? Also ein Mana-Tränkelchen, bitteschön. Äh, falsch. Äh, hier. Da. So, ein kleiner. So. Und dann können wir schon wieder... So. Oha. Das war wieder... Einen Schuss. Einen Schuss. Einen Schuss. Du sollst das nicht tun, du... Idiot. Stop. Du sollst doch nicht blocken. Das will ich gar nicht. Ich will nicht, dass du blockst. Warum bin ich schon wieder so kaputt? Und... Warum kann ich nichts machen? Das ist halt wieder richtig... Richtig übel, ne? Ja, ja. Jetzt bin ich hier. Ja, ja. Ach, Gottchen. Na, ohne Trank ist das echt scheiße. Ohne Trank ist das echt scheiße. Ich habe gar nicht gesehen, dass da noch so ein Kampfkoloss ist, aber natürlich ist sie klar. Was wird es denn sonst sein? Was sollte es denn sonst sein? Boah, das mit der Drohne. Ah, da drüben, ne? Meine Güte, habe ich jetzt übersehen. Ähm, also das ist echt übel, dass man hier... Blockiert wird und so weiter, ne? Also, ja. Gestarnt wird. Das ist scheiße. Ich soll vielleicht noch ein bisschen warten. Bis wir voll sind. Ich habe keine Möglichkeit mehr, mich zu heilen, ne? Das ist komplett... Das ist schlimm. Das ist komplett schlimm. So, was könnte man auch mal lernen. Ich wollte jetzt das Geld zusammensparen für die bessere Rüstung, aber es ist ehrlich gesagt Wurscht. Wurscht. Weil... Die kann mir von meinem Fels auch nicht bewahren. Da wäre es besser, beim nächsten Mal zu schauen, dass wir hier Angriffsstärke uns da erhöhen. Wäre gut, wenn wir was lernen, glaube ich. Wäre gut, wenn wir was lernen, glaube ich. Gut, wir sind einigermaßen gesund. Das werde ich sofort speichern, damit wir nicht nochmal warten müssen, weil sterben tue ich sicher. So, ich habe ihn nicht gesehen, weil ich da hinter diesem Ding gestanden bin, dass da drüben noch so ein Arschviech ist. Ach so, ja, Mana. Oh Mann, Mana. Oh Mann, Mana. Immer dieses Mana. Gehen Sie mich an. Ja, ja. Da bin ich wohl ein paar Schritte zu weit nach vor gegangen. Idiotin. Ausweichen. 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 Das ist halt auch so ein Problem, was der hat. Sobald er seine Kombu schlägt... Und warum... Hä? Wo ist jetzt mal die Waffe hin? Alter, easy. Irgendwas stimmt doch heute nicht. Ja, irgendwie hin. Irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Warum hat er jetzt die Waffe weggesteckt? Mit dem Typen stimmt was nicht. Der hat heute, glaube ich, keinen Bock. Der hat, glaube ich, keinen Bock, dass wir spielen. Schaut schon sehr stark danach aus. Der hat einfach schlicht und ergreifend keinen Bock. Ich meine, ich verstehe es eh. Das ist irgendwie, ne? Aber trotzdem, das ist schon... Das ist lächerlich. Ich glaube, ich werde den... Den kann ich, glaube ich, schon hier hin platzieren. So. Wäre besser. So, einmal schnell saufen. Dann einmal schnell speichern. Dann brauche ich mich darüber auch keine Sorgen mehr machen. So. Jetzt wird das wohl gelingen. Herrschaftszeiten. So. Gelumpert. Ja. Würdest du jetzt bitte? Achtung! Komm, das Schild! Hallo! Idiot! Und... Natürlich hebt er ab, ne? Das ist... Kannst du vergessen. Das mit dem... Sobald er schlägt, geht irgendwie nichts mehr. Das ist übel. Na los! Jetzt mach doch! Diese Scheiß-Drohne. Ich hasse sie. Mann, ey. 25.000 Gegner. Echt. Das ärgert mich. Mich ärgert das richtig. Die Drohne muss auf jeden Fall weg. Diese dreckige... Ja, was war denn das jetzt? Ach, jetzt kannst du nicht mehr schießen auch nicht, oder was? Würdest du jetzt mal die... Du Arschloch! Er zieht sie nicht an. Die Waffen, das ist ihm scheißegal. Na, so geht das nicht. Ja, so geht das nicht. Du drückst auf den Zweier, er tut nichts. Was läuft? Das läuft heute falsch. Der ganze Part verhunzt. Unglaublich. Hallo? Was läuft hier? Dass das nicht klappen will heute? Na, das bringt nichts. Nötigste. So, der ist jetzt aber weg. Der ist auch weg. Würdest du bitte jetzt mal fliegen? So. Jetzt wird wohl... Also, unglaublich. Energie. Na, bitte. Geht ja. Unglaublich. So muss das ausschauen, Freund. Warum nicht gleich zu Anfang? Was? Wer schießt denn jetzt schon wieder da hinten? Du kleiner Schemerdreck. Ich seh dich. Geh ein. Mistviech. Elendiges. Unglaublich. Warum nicht gleich so? Hm? Erklär dich mal. Checks. Hä? Bist du zum alten Mann, oder was? Da hinten wird's Fleisch geben. Schön. Unglaublich. So. Na, speichern. Na, speichern. Nach 20 Versuchen hat er's jetzt einmal hinbekommen. Schön. Sauber hast du's gemacht. So. Der Pad ist nämlich auch gleich zu Ende. Wir haben zwei Gegner Horden besiegt. Schön. Zwei Grüppchen. Horden sind's nicht mal. Unglaublich ist das. Unglaublich ist das. So. Ein Tränkelein. Ähm, so. Ist da jetzt noch so ein Kampftypi? Na, aber so eine Kackdrohne. Bleib stehen. Du Mistdrohne. Du elendige. Okay. Den Kampf schlagen wir gemeinsam. Ja. Okay. Da ist sonst nix. Okay. So. Alter. So. So. Geht ja. Na, mit dir will ich nicht reden. Mit dir will ich nicht reden. Ich will looten. Kommt noch wer? Freilich. Na, du Grippl. So. Hin ist er. Müllhaufen. So. Dann ein weiteres Mana-Tränkchen. So. Dann einmal speichern. Weil das lief erstaunlicherweise doch gut. Sollen wir ja gar nicht für möglich halten. So. Da vorne haben wir so eine Kackdrohne. Okay. Okay. mal passt diesmal hin. Und wir sind wieder eingeschlagen. Und da vorne sind schon wieder noch mehr Drohnen. Und ach du Heilige. So. Okay. Wir brauchen was zum Trinken. Zu essen, zu trinken, irgendwas in die Richtung. Zum heilen auf jeden Fall. Ähm. Ja. Die verschnappulieren wir mal. Das können wir eigentlich auch alles weg. Essen. Den Apfel von mir aus. So. Und wieder ein Schluck Bier. Das passt so. So. Das tun wir wieder speichern. So. Und dann probieren wir noch die Bar davon umzuhauen. Und dann beenden wir diesen armseligen Part. Da. Tatsächlich. Da vorne ist wieder ein Kampf. Koloss. So. Schauen wir mal verstecken. Mit der Hoffnung, dass die kommen. Einer kommt schon mal. Der zweite ist auf dem Weg. Na warte. Na warte, du Arschloch. Na. Ja. Der hat's erledigt. Wäre es gut, wenn der auch noch weiter herkommen könnte. Äh. Sie tanzt ein bissl. Oh. Dann hat sich's so umgebracht. Sauber. Mädel, das war schön. Das war toll. Wirklich wahr. Nicht schlecht. So. Passt. Dann würde ich sagen. Ähm. Wir beenden. Ja. Wir beenden den Part. Wollte ich sagen, ich wollte noch die eine Drohne da oben abknallen. Ohne dass wir... ... ... ... ... ... ... ... ... Die Maschinska. Da komm her. Oder so. Okay. Kann man stehen lassen. Ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.